Ein alternder Herrscher im Kampf gegen die Zeit. Das erklärt sehr viel von dem, was wir im Februar gesehen haben. Er hat vor allem das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben. Wenn er es jetzt nicht macht, dann wird es in zehn Jahren weniger russisch sprechende Menschen in der Ukraine geben, eine stärkere Armee, so glaubt ihr. Und dann tat er, was er tat. Aber warum hat er es getan? Selbst die Russen verstehen ihn nicht mehr. Eines der Mysterien dieses Krieges ist, dass er für die Russen noch unerwarteter kam als für die Menschen im Westen. Ich habe mit vielen russischen Kollegen gesprochen, einige waren sehr positiv Putin gegenüber eingestellt, andere sehr kritisch. Aber alle glaubten, es sei ein Bluff, es würde keinen Krieg geben. Aus dieser Sicht kam der Krieg als größere Überraschung für die russische Öffentlichkeit als für den Westen.